so da sind wir wieder und der bug ist weg juhu muss jetzt nur noch zu diesem miradenturm und wir können los wieder nach arg haben wir hier das ganze auch entdeckt hallo und er mit hallo ich würde gerne nach der decke ich würde gerne direkt nach alt und von hier aus in die quartiere um nachher morgens scheiß zu machen sonnentempel so komm lasst mich in die quartiere rein boah ich weiß sogar noch wo die quartiere sind das gibt es doch gar nicht ja so muss das hirn hauen aber wir haben jetzt sieben uhr verboten in stadt der rot der schwarze das so auch dann wollen wir so komm ab nach unten zu frau hammer v und das wir ihre die neuen sachen geben können die wir so schick dabei haben so und zwar wie machen wir es denn hier zack f 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 und natürlich die eterna herrnisch auch so und dann ziehen wir das ding an wo ist meine robe ja ja gut gut ab in die rüstungskammer mit uns natürlich einen kleinen obolus muss ich aber leider verlangen ganz gleich wie wichtig ihr für die neue mission des großmeisters seid tut mir leid die eterna schlachtaxt eine spitzsacke und auch die ganzen weg ist treuen feile ja möchte ich verkaufen dann die assassinsschuhe es habe ich den gerade als zeug an warte mal was habe ich handschuhe des tribunals rüstung 23 licht magie entropiezauber psionik zauber ja ok nötig feuer silber amulett stiefel 20 maximal den führerischen helm habe ich normalerweise an ok ich möchte noch mehr natürlich einen kleinen obolus muss ich aber leider verlangen ganz gleich wie wichtig ihr für die neue mission des großmeisters seid tut mir leid zack so morgenluftrank magiegift gift 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 feuer gift 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 gut dann ähm das ding kann ich nicht gebrauchen haben habe ich hier noch irgendwas geiles was teuer ist ähm säge kann ich ja mal weg geben zirkel kann ich weg geben zangenbohrer brauche ich nicht hufeisen brauche ich nicht okay was hast du mir denn anzubieten helga hammerschlag irgendwelche coolen baupläne ne hast du mir nicht anzubieten gifte ja ja hast du mir auch nichts schönes anzubieten und hier hast du mir auch nichts schickes anzubieten schreitet wohl ja was wollt ihr ja ach Mist die habe ich jetzt schon alle ver... ah Mist was ist das eben kann ich hier irgendwas schickes bauen ne das würde ich jetzt... ah das würde ich jetzt erstmal lassen wenn die wissen an welchem Ende man einen Pickel hält ich würde jetzt gerne einmal noch zu den anderen gehen Alchemist und Magie mal gucken ob die was feines da haben na sowas ihr seid die Prof... natürlich so was kann ich denn bei dir abgeben ok was hast du denn so da was hast du denn so da uuuu das ist mir alles egal ist mir auch egal ich brauche erstmal so richtig geilen obwohl Frosthelementar rufen Frosthelementar rufen Stufe 1 äh Feuerelementar Mist Fang 2 uuuu ja ok Feuerelementar rufen Feuerblitz Feuerurne Feuerurne Gleisender Funke natürlich natürlich Götterschild Schwerdbeschwören Schwerdbeschwören Toten Totenhauch Totenfunkel 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 Oh Dummheit Dummheit muss weh tun Aber so richtig so richtig weh tun So Gerne doch Da Kleiner Armseliger Ich hätte gerne einen mächtigen Seelenstein Scheiße Das erste was ich mal machen kann ist hier Feuerelementar so und der kann ich schon mal ausrüsten Feuere Frostelement Reißender Funke 11 Favorit Götterschild Meditation Äh Muss ich anders machen So hier Feuerelementar 2 Was hatte ich denn noch schickes gefunden Flammen bis 5 28 Mana Kosten 24 Mana Kosten Auf jeden Fall So Mystischen Bogen Wiederbeleben Ist mich Egal Äh ne Einmal Nicht das Ding Und jetzt runter zum Äh Verdammt ich glaube ich muss zu diesem Stoff Heini Ähm Ich geh erstmal ins Adelsviertel Ah da ist wieder der Dichter Hmm Der Dichter ist wieder unterwegs Geil Der Dichter ist weg Geil Der Dichter ist weg So Alchemistenglück Äh Äh Was Oh Ja Natürlich Du hast mir nichts zu bieten Aber bei dir Kann ich meine ganzen Gelesenen Zauberbücher weg Setzen Und Und Das was ich nicht brauche So Verdammt 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 Du hast keine Seelensteine Wieso hast du verdammt nochmal keine Seelensteine Es ist wieder Dichter Dichter Und Dichter Dichter Dichter